Musik Hallöche Puppöche und herzlich willkommen zu Let's Play, wo sind unsere Kobbels hin? Kobbels? Nein, brauche ich! Kobbels! Mach dir Kobbels! Kobbels! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hoppala, jetzt habe ich außerdem einen Stein abgebaut da Hast du den Schiff? Jo Ja, 4 Kobbels bekommen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nein, ich freue mich nicht, nein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Scheiße! 7, 8, 9 So, dann hätten wir jetzt die schon mal definitiv Hey, er ist gewachsen! Hey, ich habe meine Melone gesetzt Ja, super! So, das war die 9 Noch 2, dann kann ich dich zum Vibe machen 11 Nein, noch eine 12, 12 brauche ich 12, 12 Also brauche ich noch Möchtest du die haben schon mal, die ich habe? Wie viel hast du? 27 Ja 2 3 Dransetzen Danke Mal gucken, wie weit ich komme mit 29 Kobbels Ja, ich baue jetzt hier gerade den verbesserten Cobblestone Generator Darf ich raten? Einen doppelseitigen Genau Ja, damit es besser ist, dann geht es ein bisschen schneller Stimmt Ihr fangt Kobbels, ich baue weiter Ja, klar Hey, noch 14 Stück Nimmst du auf? Wie auf? Ja, bist du derjenige, der aufnimmt? Wie wär's, wenn du einfach einen dreiseitigen machst? Wie einen dreiseitigen? Einen dreiseitigen Cobblestone Generator Das wäre auch geil Eine Folge lang Ja, da müsste Joanne das aber noch ein bisschen weiter ausbauen Ich habe das jetzt selber noch gerade ein bisschen provisorisch weiter ausgebaut Dass das da hinpasst Ähm, jetzt baue ich erstmal den Baum ab Kostet, was zahlst du? Ich baue ihn schon ab Ach, hast du keine Kobbels mehr? Nein, habe ich nicht Aber ich, äh, gebe jetzt, äh, kannst jetzt dir eben welche schnappen Ich brauche nicht mehr so viele Und wenn nicht, muss sowieso ein paar abhauen Ich hoffe, man hört Bist du sicher, dass du richtig gezählt hast? Ja, werde ich dann gleich sehen Ich werde nochmal nachzählen Was ich jetzt aber erstmal brauche, ist ein Eichensetzling Kostet Nein Ich habe da unten zu Ist zu? Unten drunter ist zu Darüber ist auch zu Hey, ich habe vier Kobbels Einmal klauen Nein, ich habe nicht den Eimer geklaut, nein Guck mal Die unendliche Wasserquelle können wir wieder wegmachen Wieso? Komm doch, ich erzähle eine große Hä? Haben doch eine große unendliche Hey, da ist ein Creeper Was? Da ist ein Creeper Oh, geil Mitten auf der Brücke Oh, geil, okay Ich habe das Schwert Ja, dann viel Spaß What the fuck? Was? Du hast das Schwert Wir haben ein Zombie-Pigman Der Nether geht aber nicht Hä? Äh, Pigman Erklär mir bitte Sie und so her du kommst Ja Lass Räder Geh weg Ein Gold-Nugget Hey, wir können Gold machen Ja toll Wann kommt denn mal bitte nochmal ein Zombie-Pigman raus? Weiß ich nicht Aber hey, theoretisch geht's Alter, wir haben hier ordentlich Alto-Belly Ach du Scheiße Was ist hier für eine Spawn-Rate? Ähm 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 Ich würde dir sagen, was für eine wir haben Wenn ich wüsste, wo nochmal das Licht steht Es geht jetzt nicht ums Licht Wo ein Creeper weg Und doch, weil wenn du siehst, wie das Licht ist Weißt du, wie es wird Alter Ey, da kommt zig Zombie Ah 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 Scheiße Ich glaub, du hast das Ding hier nicht weit genug gebaut Warum? Ich hab mal spaßeshalber Wasser gesetzt Hm Ja, Michelle Gib mir noch ein bisschen Zeit Ich hab mir jetzt grad ein anderes Problem Hier kommen vier Zombies auf mich zu Oh Das schaffst du Bei Hexit war das ein Kack, ey Das schaffst du Ja Ey, ich hab eine Kartoffel Was? Ich hab eine Kartoffel Läuft Also wir müssen hier definitiv irgendwie Oh, können wir Ne, verrottetes Fleisch zu Leder geht nicht, ne? Das war ein Modpack, ne? Weiß ich nicht Schmeiß im Ofen und teste Oh ja, Skeletten kommt Kann mir jemand nochmal Pickies machen? Ja, sofort Ne, geht nicht, Michelle Ähm, wenn ich Kobolds kriege? Weißt du was? Ich mach mir jetzt Selbstmord Stirb du Leder Komm her Komm, Aua Komm her Komm her Oh, tot Selbstmord, stimmt Ja, der sollte eigentlich ein bisschen näher rankommen Wir müssen hier doch irgendwie was vormachen Äh, jetzt wieder direkt dahin hast du das her, nicht vorne Ich hätte jetzt Ne Tür hin Tür kann warten Ne, die Tür mach ich eben Fick dich, du Hure Da muss ich jetzt gerade einen Stein hinsetzen Ey, willst du Skeletten angreifen? Kannst deine Füße hauen Seit wann machen Mach das Komm her Moment Ich muss niesen, er kommt aber nicht raus Ein bisschen an Picky ist noch oben drin Kannst du mir mal hier eben das Ding wegmachen Dann kann ich hier eine Tür hinsetzen Alter, was da hinten ist, ey Was da alles steht Du bist abgeschossen, ne? Mach den weg Moment, ich komm von unten Warte, jetzt ist es gerade Oh mein Gott Creeper, Creeper Ne, 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 ne Wegbleiben, wegbleiben Na, du hattest nur zwei Fäden, ne? Ja Ah, jetzt ist da gerade ein Creeper Jetzt warten wir mal eben kurz Äh, erzähl ich mal bitte Bitte doch ganz schnell kobbelt Hat einen Grund Warte, ich lock die weg Ne, ne, hat einen Grund Wir haben Wasser Das gefällt mir Ist der kaputt gegangen, der Creeper? Hat sie so angehört, ja? Ja Der hatte Boom gemacht Und der hat auch irgendwas Droppen lassen Aber ich weiß gerade nicht, was es ist Jo, sterb doch mal, ihr ganzen Zombies Ein Knochen Ihr könnt Bone Meal machen Mach das Ding weg Danke Jetzt kann ich die Tür da eben hinsetzen Hier hinten ist, äh Ein falsch gesetzter Kobbel Wo? Hier hinten Oh Warum hast du den denn falsch gesetzt? Aus Versehen So, die Tür ist da Perfekt Und das Loch lasse ich trotzdem erstmal Welches Loch? Das der Creeper da vorne reingemacht hat Achso In die Brücke Hier, warte, hier Ich hab noch einen Kobbel für dich Ich hab Ich brauch selber gerade Fettme ein Oh, ein Wassereimer Wofür? Damit hatte ich getestet da vorne Gut, äh Hast du Eine Pickie für mich? Nein Alter, guck dir das mal an Ein 6x6 fällt, hätte gereicht, oder? Egal Na, wobei, wenn man jetzt außen Fackeln hinsetzt Ne, 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 ne Fackeln setzen wir nicht hin, das Ich geh, sobald es gleich hell ist Damit ich theoretisch auch notfalls in der Nacht arbeiten kann Ja, ja, gut Okay Wassereimer klauen Ne, ich brauch ne Pickie Hast du noch ne Pickie, Schatz? Für wat, ne, Moment Für wat ne Pickie? Ich möchte da ein bisschen was Hier verändern Alter, das ist meine Aufgabe Ja, ich weiß, aber ich wollte dir nur zeigen, soweit geht das Weil den Stein hab ich da hingesetzt, weil da kein Wasser mehr war Da, bis dahin ist Wasser Aber wo jetzt der Stein ist, war kein Wasser mehr Ja, gut, dann gib mir mal das Pickie Ich kann euch jetzt kein Cobblestone mehr abbauen Passiert Ja, mach hier mal eben ne Pickie Haben wir Holz? Ja, musst du nachgucken Hey, wir haben Holz Hab ich zwei umwandelt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Von dem Punkt an Lava Den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hab's genau richtig gebaut Haben wir noch Cobblestone? Ja, an der Küste Nein Doch, ich brauch Cobblestone Ja, wieso? Fick dich, du Scheiß Skeleton Von da hinten Was ein Snipertyp Gut, da sind wieder Pickies drin, Schatz Ja Hast du den hier An den hast du extra so gesetzt, ne? Den hier Ja So Moment Wolltest du nicht lieber testen, ob's vielleicht doch klappt? Passt Passt Also Da kommt Lava rein Ich geh klauen Und dann hätten wir die Reihe definitiv fertig Hier können wir dann den Abbauer hinsetzen Hier können wir den Abbauer hinsetzen Ja, und dann mach ich mal deine Tat Wie du sagtest Wie lange hat das denn auf? Was? Bis 20 Uhr hat's auf Oh So Hier kam Lava, ja? Da kam Lava in die Mitte Genau Naja, egal So Ich weiß nicht warum Ich liebe es, wenn es so ist Na, Alter Hat einen Grund, weil sonst fliegen die Steine immer nach da hinten Ja, aber ich Ja, warte, dann mach ich die Wand auch bei Joanne Weil wenn's Richtung Nachricht zum Wasser reinfliegt Ist es kackegal Ja Wenn's hinter mir fällt Ist es auch kackegal Das ist die Mitte Aber hey, es ist hell Mal gucken Welche Viecher greifen ich wohl noch an? Die Ähm Kreaper, ne? Ne, Kreper Die Kreper Genau, die Kreper So, das ist der Und hier müsste das Wasser enden Ja gut, die Skeletons auch Aber die sind eigentlich alle verbrannt Und die Creeper müssten eigentlich Disporn sein Was? Ein Skeleton lebt Ansonsten ist alles weg? Ansonsten 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Creeper Und 4 Spinnen Ne Witch Da ist ne Witch Und mir folgt ein Creeper Ich seh grad keine Witch Die steht ganz hinten Na, dann seh ich sie nicht Ja, wahrscheinlich hinten links, ne? Hinten rechts Keine Ahnung Warte, wo ist der Eimer? Den hab ich Nicht mehr mitnehmen Wo bist du? Gib her Nur noch benutzen, wenn wir ihn brauchen Ich brauch ihn Wollen wir vielleicht ein bisschen so, dass hier ein bisschen Wasser bei ist? Bei unserer Farm Die wir uns teilen Wo du die Vorarbeit geleistet hast Nein! Oh, wer hat denn jetzt hier Dings gemacht? Wer hat die Lava mit Wasser gemacht? Ich hab mich verzählt Oh Ich hab mich verzählt Depp Hi Warte, warte Oh, bei Michelle auch Das ist bei allen so Deswegen setze ich trotzdem aufs Prinzip Steine so hin So Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Ja, soll ich da noch runterfahren oder nicht? Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jetzt gleich noch Ja Wenn du möchtest Da, Wasser Meinst du? Ich hätte vorher die Lava noch nicht gesetzt, aber ja Oh, klappt Ja, haha, witzig Jetzt ist es kackegal Ich muss mich hier hinschzen Jetzt ist es ja kackegal, wenn ich hier abbaue Weil da ja dann einer steht Ja Und dann mache ich hier auch ein Loch hin Dann kannst du zweimal gleichzeitig arbeiten, ne? Dann können Ja, jetzt haben wir aber definitiv eine Dreier Es ist doch auch gute Idee gewesen, Michelle Ja, super Es ist können Du kannst nix Ich kann nix Nee, du kannst nix Der Dreier war meine Idee, du Depp Der Zweier war meine Idee Ich möchte kein Dreier mit euch, nein Jetzt habe ich die Wasserquelle zu Immer diese Leute, die zweideutig denken Jetzt habe ich die Wasserquelle zugemacht Ja Das ist egal, wir haben doch nur ein Endlicher Nee, stopp, wir haben zwei Unendliche Richtig Richtig Und wir haben zwei Bäume Da muss ich um zwei nachfahren, ne? Ja Tja Passt theoretisch von der Zeit Weil dann knapp zwei oder drei Minuten ist die Folge, glaube ich, zu Ende Um 31 hat sie geendet Um 51 endet die hier Okay, machen wir um 52 fällig So, dann haben wir das jetzt auch hier Jetzt will ich aber noch eben Die letzte Bahn So Jetzt ist unsere Dreier-Cobblestone-Farm So, dann reiß mal das Tor ab Das, äh Reiß mal das Tor ab Dann machen wir eine Vierer Geht nicht Ich hab keine Diamanten-Pickaxe Stimmt Aber theoretisch Wobei die Kiste Wirkt, ich hab das Gefühl, die Kiste steht ja jetzt scheiße dran Welche Kiste? Für die Pickies und alles Für Kobbel Wo steht die denn jetzt? Bei mir Und Joanne Da Stell sie doch in die Mitte Mal oben drauf, meinst du, ne? Ja Ja, dann mach mal Ich bring mal kurz die letzten zwei Holz weg, die ich hab Vorsichtshalber Da können wir die Pickies dann reinpacken und die Kobbels Und dann kann sich jetzt jeder Kobbels holen, wie er möchte Ich würde sagen, wir machen die Kiste erst voll Ja, aber das würde ich dann nicht in der Folge machen Gut, ich ernte jetzt noch eben die Bäume Und dann, äh Ist die Folge noch nicht zu Ende Ist die Folge schon so gut wie fast zu Ende Aber so kann ich jetzt eben noch die Bäume, äh Ernten Und noch kaputt machen Wir brauchen ja genug Eichensetzlinge Damit ich meinen Birkensetzling wieder kriege Das ist aber echt scheiße, dass der Baum kein Birkensetzling gedroppt hat Tja Shit happens Sag, sag, sag Hast du die scheiß kleine Das Picky, äh Picky da reingetan? Ja Ja Arschloch Gerne Ah, hallelujah So, haben wir schon mal wieder Äh, sind wir noch im Minus-Einser-Bereich Ah, nein, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Stand Den packe ich noch da hin Jawohl So Kein Verlust gemacht, haben sogar einen gewonnen Zwei gewonnen Jawohl Ein Apfel Ansonsten hätte sie die erst versetzen müssen, ne? Ein Apfel Ja, nein, ich hatte ja jetzt erstmal abgeerntet hier und hab danach geguckt Es waren definitiv zwei Minus, nachdem ich die Bäume geerntet hab So, und jetzt hab ich aber, äh, schon zwei raus Vier raus Ah, einen Fünften krieg ich nicht, ne? Nein Doch, oder? Ne, das war ein Partikel Gut Vier rausbekommen und sogar zwei Äpfel Nicht schlecht, Herr Specht Ähm Da ist die Hake Weißt du, was ich da mal mache? Werd Kartoffeln setzen Die Kartoffel setze ich mal, genau Ja, da brauchst du aber Wasser Nö Geht doch auch ohne Was ich jetzt auch noch mache, ich stürze mich in was Waderruten Nein, da brauchst du Wasser Nein Doch, weil sonst wächst die nicht so gut Die Bitch steht immer noch Ja, jetzt sehe ich sie auch Wahrscheinlich gerade zu weit weg Warte, ich, äh Ich missachte jetzt mal eben eine Regel So, Dennis ist raus für Let's Play, ne? Nein Regelmissachtung Nach Paragraph 67, 17 Ich will jetzt hier gucken, ob ich hier irgendwie was einsammeln kann Ist noch nicht, okay, warte, ich brauch das Schwert Ich brauch das Schwert, kurz Überlänge Von zwei Minuten Oder wisst ihr was, genau, das machen wir in der nächsten Folge Da werde ich mich da hinten hinschleichen Dann würde ich sagen Dankeschön fürs Zuschauen Wir sehen uns wieder bei einer weiteren Folge Von Let's Play Minecraft Skyblock Bis dahin, Freunde Tschüss Tschüss Ja, du bist dahin Tschüss Bis dahin, bis dahin 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 Bis dahin, bis dahin